Das 27. Spielmilite, schauen wir uns nochmal die wunderbare Vorarbeit von Marco Reus an. Nach links außen gekriegt von Raphael Schäfer. Und dann ist es Roberto Calauti, der das Ding reinmacht. Auch in der Zeitbuchhörig sieht das noch recht schnell aus wie der Ballerei. Eigentlich wie gut von Marco Reus. Das ist schön aus, ja. Nach der 47. Spielminute würde ich etwas offensichtlich unbedingt als Highlight erwähnen, aber grundsätzlich muss es sein, ein zweites Kurslag mit Abruf. Und nach der 53. Spielminute, gehalten von Marco Reus.